www.naturalborncrawler.de Wir sind mal fürs Training nach Spanien geflogen, heute Morgen hin, heute Abend wieder zurück. Hinter diesem Pinienwald dahinten ist das Meer. Ich zeige es später. Jetzt ist es heiß gelaufen, Bruder. Mehr ist sie nicht. Immer noch kein Raucher in Sicht. Läuft noch. Wie ein Uhrwerk. Läuft noch. 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 Egal, Punkt ist Punkt. Ganz schlecht. Was macht der Mock? Keine schwächste Position. Da fehlt er! Ist das ein Möbel? Und keine Ahnung, ich bin ein Mocker. Keine Ahnung, ich bin ein Mocker. Ich bin ein Mocker. Und ich bin ein Mocker. Und ich bin ein Mocker. Ich bin ein Mocker. Wieso bin ich noch hochgekommen und nicht mehr? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.